Hallöchen und willkommen zurück hier bei Dead Island. Ich hab grad gesehen, wir sind ja gestiegen, ne? Moment. Äh, nein, nicht Karte. Ich brauch hier, äh, ähm, Fähigkeiten jetzt da. Hier, ähm, wir dürfen wieder was... Ein Upgrade-Punkt. Haben wir. Dann können wir hier Stufe 2 jetzt machen. Jawohl, dann können wir gleich mal gucken, ob wir da vorne die Kiste aufmachen können. Ich glaub, vom Platz her müsste es ja eigentlich reichen. Was haben wir denn für eine Quest? Asche zu Asche. Okay. Haben wir dann. Und dann... Ah! Danach. Geil. Hole Benzin von der Tankstelle, um die Leichen zu verbrennen. Danach können wir nämlich... Hey, das ist gut. Dann müssen wir wahrscheinlich eben im Auto nachkommen. Können wir die Leute vom Leuchtturm versorgen. Dann sind wir nämlich hier erst mal fertig. So, jetzt schauen wir aber erst mal kurz beim Rettungsauto. Dann haben wir jetzt mal die Kiste auf. Mal schauen, was da für eine Waffe auf uns war. Dann, hey, geh auf, du scheiß Tor. So, fangen wir mal hoch. Soll eigentlich die Tankstelle sein? Gute Frage, ne? Aber als alles... Allererstes... Ups. Zombie, Vorsicht. Dann will ich mal kurz ein bisschen aufräumen. So, dann müssen wir kurz aussteigen. Komm her, Freund! Oh, die blöde Sau lebt ja noch. Oha! 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 Oh, shit! Der Wix hat nicht getroffen. Oha! Oha! Fuck! Die haben langsam richtig... Stopp noch mal! So, die A6 müssen wir da... Gucken, dass wir ein bisschen mehr Rucksack haben. Ist auch wichtig. Aha! Der saftet aus der Birne. Der steht, glaube ich, auch drauf, ne? Ja. Na, ne, 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 ne. Können wir schon mal ne Ruhe haben hier. So, jetzt soll man mal sehen, Verbandszeug. Gibt's... Upsa! Halte! Nochmal! Schwarzerplatten! Ah! Komm! Yeah! Dietrich! Wow! Gefährliches Tauchermesser! Stufe 11! Geil! Können wir uns auch noch nicht benutzen, aber da haben wir schon mal richtig gute Waffen. Bis später. So, auf geht's weiter zur Tanke. Oh, ich gewöh... Ich muss mir umgewöhnen, dass ich auf der anderen Seite einsteig. Hallo? Wieso? Oh, Mann. Kann der nicht wechseln? Doch, der wechselt doch normal die Seite, oder? Automatisch. Hm, keine Ahnung. Egal. Gehen wir mal weiter. Benzin sammeln! Oh, auf der Karte gibt's wieder Sachen zum Einsammeln, sehe ich gerade. Oh, die Renner. Die rennen immer. Die Renner rennen immer. Oh! Das ist... Toll! Oh nein! Weg! Ah, da ist die Tankstelle, guck mal hier. Da ist eine. Oh Mist, warte mal. Ich denke, dass wir uns kurz... Müssen wir mal kurz hier ein bisschen Zombie freimachen, alles. Ähm, kann der nicht kurz gucken? So, wir haben halt nochmal hier andere Tanke. Und wie funktioniert das jetzt hier? Ach, da lebt sogar noch jemand. Ja, ähm, Kanister gibt's hier keine. Hi. Na, mach mal auf hier. Na, komm. Hi. Mach mal zu, bevor noch Zombies kommen. So, wie geht's denn die hier? Oh, du willst Gas? Ja, sorry. Die Pumpen nicht funktionieren. Power's out, und die Generator's in der Warehouse, neben der Tür. Unfortunately, die Front entrance ist blockiert. Ja, vielleicht gibt's noch andere Weg in. See, try the Roof. Das könnte funktionieren. Head nach nach so they don't see ya. Und mit ein paar Kanister. Ja, once du in, turn on die Power, und re-fühle die Kanister. Und jetzt, dass wir hier sind, wir nicht mehr gehen. Anywhere. It's too friggin dangerous out there. Okay, also. Wir haben die Berechtigung, Benzin zu holen, aber... Oh mein Gott, das ist das für'n Scheiß. Ich schau auf leere Kanister. Okay. Die brauchen wir dann nachher. Moment. Ach, die... Ja, werfen wir da hin, genau. Ah, Kiste. Woah, Nagelhammer, goldene Waffe. Alter. Errungenschaft freigeschalten, eine außergewöhnliche Sammlung. Woah. Junge, das ist mal geil. Eine goldene Waffe. Lass mal sehen nochmal. Das ist ja... Oh, verdammt nochmal. 159 plus 8. Diese Waffe werde ich mir lange aufheben. Und immer wieder reparieren und so Geschichten. Geil. Obwohl die eigentlich total unscheinbar aussieht, aber geht ja richtig gut ab, wa? Können wir hier vielleicht auch brauchen. Ha, da kannst du hier drauf scheißen auf das Rohr. Ach du meine Fresse. Ein Schlagtot. Cool. Guck mal, da geht's hier aufs Dach. Mal den Sprit holen hier, dass der hier mal die scheiß Leichen verbrennen kann. Da stinkt's ja nur noch da. So, was haben wir hier? Energy Drink. Kann das Vito nicht da unten aufkommen? Oh mein Gott. Ich mach aber das Ding hier weg. Oh oh. Na komm mal raus hier. Sollte ich mich mal hier draußen um dich schümmern. Oh 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 oh. Lass ihn mal schlagen. Okay, jetzt. Aha, damit hast du nicht gerechnet. Mit so'n Hammer, ne? Na ja. Ich schlag dir die... Oh nein, alles, was ist los? Ah shit. Ich hab' bewusstlos geschlagen, hab' gesehen. Die Sau, der hat nicht mehr viel Leben gekommt. So, jetzt ist Ruhe. Was haben wir hier? Grausamer, leichter Messingschlagring. Langsam haben wir geile Waffen. Da können wir aber doch ein paar verkaufen. Energietrink, Snack, Snack. Was haben wir hier? Ne, brauchen wir nicht mitnehmen. Wir haben eh gute Waffen. Tauschen tun wir auch nicht. Oh, ich hier oder was? Da ist immer einer. Na? Du bist wohl der Werkstoffreister. Oh! Da sind zwei! Ja, vorreck, ey. Alter. Bleib liegen, Mann. Boah. Nochmal einer. Ach, da unten. Bleib liegen. Mann, Mann, Mann. Wie viel hier rumlaufen, ey. So, Strom ist an. Kleber. Zahnräder, aber keine Gewichte. Was zum Einsammeln? Was haben wir hier? Benzintanks. Dietrich, Stufe 3 brauchen wir hier. Ach du Scheiße. Wir sind ja Stufe 2. Na toll. Brauchen wir schon Stufe 3. So, dann können wir hier mal die Kanister drauf machen. So. Die müssen wir da draußen befüllen. Da hinten, jawohl. Und der letzte. Also, beim nächsten Stufenaufstieg machen wir nochmal Dietrich, dass wir auch diese Kisten öffnen. Achso, scheiße. Ich sollte erstmal... Oh Juni, mach doch erstmal das Brett weg. Total vergessen. So. Na dann mal raus hier. Und die Kanister... Scheiße. Mein Auto steht im Weg. Oh, da lebt ja noch was. Hi. So, nächste. Komm her. Ich muss erstmal auf dem Weg räumen, bevor sie sich stören. Na super. Heilige. Mann, Mann. Wir können aber auch... Kommen wir dann da vorne vorbei? Ja. Okay. Dann kann man auch hier füllen. Da sind welche beschäftigt mit Essen. Die wollen jetzt mal nicht stören. So. Oh. Holy. Fuck. Was hat ganz so geschrien? Nicht gut Gar nicht gut Verdammt WTF Toll, immer grad, wenn ich auffüllen will, oder? Pistoll Nächste Ah, die haben wenigstens Geld dabei Fleisch Geld Aha, voll Wieso zum Henker braucht er vier Benzinkanister dafür? Haha Das ist krank Äh, hallo? Kanister? Hallo Na super Toll Ich glaub, da drin waren nochmal welche Hallo Nein, ich mein Hammer Hilfe Er glitscht durch den Boden Hey, wieso kann ich die scheiß Kanister nicht nehmen? WTF Reicht etwa ein Kanister Achso Ah, da braucht gar keine vier Ein Kanister reicht Wenn ich das gewisse Jetzt muss nur mein Auto Überleben Einmal mitnehmen So, jetzt hochfahren Wieder zurück Zur Rettungsschwimmer Station Ah, fast erwischt Ah, nochmal so Ein Kandidat Es gibt UTP, wenn man über die drüber fährt, wa? So Vielleicht reicht's auch für unsere Stufe Stufe 3, Dietrich Ey Das ist nicht gut Das ist Nicht gut Jetzt aber weg hier Ich hör sie Schon so komisch schnaufen Neben mir Wir müssen aber auch Von unseren Sput aufpassen So Nicht, dass sie den noch hinten rausklauen Wer weiß Wir sind doch auch mal da runter So Mach's noch auf Ich hab dir was mitgebracht So Braucht ihr nur den einen, oder? Ah ja Gut So Atlas Was? Das Das soll es tun By the way I'm Mike I got the bodies piled up outside Guess we better do this Ja Da sind sie auch entsorgt 900 EP haben wir gekriegt Wow Verdammt So Halt Hat der noch mal was für mich? Hä? Ach der Auftrag ist oben Aha Nach diesem Auftrag Oh wir bekommen noch mal Oh das sind noch mal zwei Ist es der? Ah Monatow Cocktail Genau Da schuldet uns nämlich was hier Aber ich glaub wir Sind voll Warte Lass liegen Ich komm gleich wieder Ich hoffe der verschwindet nicht Ich muss nur kurz beim Händler Crab kaufen Ich hörte das Scourge kam So Was haben wir denn Für Crab Die Waffen die wir nicht mehr Wirklich brauchen Die haben wir jetzt raus Ah der Revolver Den brauchen wir vielleicht noch Wer weiß 120 Schaden 113 113 Den verkaufen wir auf jeden Fall Die Machete Braucht nicht mehr Die Sichel können wir auch mal verkaufen Den Baseballschläge können wir auch verkaufen Stufe 10 Ah nächste Stufe können wir den mal verballern So Jetzt gehen wir hoch und holen Unseren Monatow Cocktail Wenn er noch da ist Let's see what we got Ich will den haben Yeah Der macht mich gut schade Ich kann dir helfen Du brauchst eine Weapon Ich bin dein Typ Bricks und Baseballbats Können dich nur so weit Torch sie Die bärchen echt schnell Schau dir ein paar Molatow Cocktail Und du kannst eine ganze Mama Ah Der braucht Alkohol Yeah Gut Gut Ich werde noch ein paar Empte Whisky-Botteln Vodka oder was auch Es sollte etwas hier sein Cool Gut Ich werde noch ein paar Empte Whisky-Botteln Vodka oder was auch Es sollte etwas hier sein Ah jetzt kann man dem Ah jetzt kann man dem Gut Ich werde noch ein paar Gut Und bekommt dadurch Gut Gut Guckt es Immer fünf Stück Sechs Mal Molatow Kriegt man dann Also fünf Bekommt man einen In dem Fall Okay Das lohnt sich ja richtig War So Den kann ich nicht benutzen Das Tauchermesser Den kann ich benutzen Den habe ich jetzt mal hier drauf Die heben wir uns auf Für die Dicken Da können wir nämlich Die besser töten Das ist viel viel Einfacher dann Mit denen So Jetzt haben wir natürlich Noch weniger Platz Aber Wir sind natürlich Bald gestiegen Und können dann Hä Wo kommt denn der Auftrag Ist der da drin Ist der hier oben Hat der auch nochmal was Für mich Ich weiß nicht was wir Wurde ohne dich Mann Du hast einen Moment Zu sprechen Was denn Ah Ja bestimmt Das Ja Oh das gibt wieder Gut EP Ja Okay Dann Don't bother With the hotel With the power route It's way too dangerous In there Check the bars By the swimming pools Bring everything You can find Anything at all Okay In the meantime I'll keep trying to reach this guy Aha Ein Kinderspiel Es ist Moment Ah das ist die Questlog Die Die Dings hier Die Hauptquest Die machen wir Aber jetzt nicht weiter Das machen wir dann Später Wir machen jetzt Nämlich Bei dem Leuchtturm Weiter Weil die Hauptquests Haben ja gesagt Machen wir dann Wenn wir hier alles erledigt haben Dann sind wir auch gut ausgerüstet dafür Und wir wollen natürlich die ganzen Nebenquests mitnehmen So die bringe ich dann auch wieder Alkohol Keine Angst Du kommst nicht zu kurz So und dann sehen wir uns wieder Im nächsten Part Dann geht's ab zum Leuchtturm Und dort die Aufträge Abholen Tschüss Tschüss